Weiß ich wie der Steen. Also unsere Siegeser ist... Scheiße. Ich hab meine DSR jetzt in blauen irgendwas. Nein, das ist schon das vierte Game. Geil. Also zwei Mal Mars Express... Na und ich bin grad mal Level 46, also lass mich. Drei Mal Mars Express auf jeden Fall, das weiß ich. So viele Stunden... Ich weiß, wo kommt am Anfang jemand mit der Snipe... Keine Ahnung. Nicht viel. Du hast nicht den Meister bekommen mit der Snipe, du Arsch. Muss ich mal mal gucken. Ne, ich. Aber ich hab die auch aus dem Helder und Halber das Schöpfchen drauf, ey. Ach, das ist das, ja. Ich kann das, ja. Ich kann das, ja. Ich kann das, ja. Ja. Ich kann das, ja. Ich kann das, ja. Ich kann das, ja. Ja, ich kann das, ja. Ja, ich kann das, ja. Ja, einer auf, oh. B ist leichter zu spielen, finde ich. Ja, auch noch keiner. als Risiko in der Saison Aarau liegt hier bei ob er in der Nähe geholt Reiner er ist ein Mann der Zielsuche der da oben waren er hat nicht getroffen die doch kein gut aus wie er nicht alle Waffen Gold hatte er ist die Schmerz der Katze denken die lange Zeit naja okay es geht eigentlich weil es ist nicht sicherlich hier auf die Mannschaft das Prozent glaubt drei Sturmgewehre mit ihm als weiter der Bericht hier ist und fast alles von dem 1 2 3 4 5 0 0 wortel ich versuche dann ab links einer weg im gleichen oben ist einer drin jetzt bin ich tot und fustekuchen und vor allem der auch er kriegt ja keinen schuss im wundern drauf er sagt sagt soll ja das fliegt aber der typ ist echt so leute der letzte röder 1 für mich ja werde ich werde ich werde ich werde ich Einer geht zurück in Spawn. Oben ist wieder einer drin. Pass mal auf, dass dann mal einer A kommt. Ah, einer ist im Tower. Ach man, wer glaubt mir alles? Maniach. Zwei in dem Mittelhaus. Zwei in dem Mittelhaus. Sniper. Komm, da ist meine A. Warte. Hier bei A ist einer. Au. Wo sind wir hin? Ich schau rechts, ich schau rechts, du schaust links. Au. Action. Der ist oben, der ist oben, der ist... Naja. LOL. Da hat einer gecampt in dem Haus. So ein Drecksniper mit Laser. Ich hab's doch gesagt vorhin. Okay, also... Geh, äh, sie... Buck, Alter. Scheiße, jetzt hab ich 5-1. Ab in. Ab in. Jetzt ist, glaub ich, noch ein Sniper oder so. Es ist fast vorbei, strengt euch an! Dich, Planle. Der ist da an im Haus. Die warte, da! Da Marcel, der kommt ja. Landle, der geht a. Kannst du a gehen! Oh Gott, ist das schlecht? Die Bombe ist schaff. LOL Nein! Na, Fail. Unglaublich. War nur üblich der eine, der schnell von hinten kommen. Also nicht von dir hin, sondern von unseres von aus. LOL Äh, dann zack. Oh, oh, lande. Ja, halt's ab. Das ist... Das haben wir verloren. Wir haben nur hingewiesen. Hahahaha Ey, das ist Michi, das tust du bitte in die besten Moments mit rein. Ja, mach ich. Hahahaha Was war das, Alter? Hahahaha Ich wollte hier um die Ecke fliegen, Alter. Dann spring ich immer drauf an. Das war die Suicide. Das ist ja unglaublich. Ich mach Drohne. Soll ich? Ich hab Condor Drohne. Ach, zum A. Ich wünschte einer. Die gehen alle A. Wieso A? Hört doch auf mich. Ja, die sind A. Oh, das sind ganz viele Sliper. Ich hol mir die mal. Nice. Ich blende B gleich. Ist das okay? Ja, ja. Einer A ist weg. Ja, Alter. Cap Akimbo Ruling. Nein. Einer ist oben im Haus noch. Oh mein Gott mit Cap Akimbo. Ne, nur Cap. Ne, Single. Single ist aber auch egal. Das ist genau so. Wie ihr alle auf euch selbst schießt. Ja, eben. Ja, gut. Beim einheimlichen Namen gesehen. Ja. Ja. Tobi, was machst du? Tobi war knapp, Digga. Ja, ja. Ach, ist ja eh abends hingeschossen. Ja, Tobi, jetzt bist doch wieder da, oder? Ja, langsam, weil ich ihn nervös schon mal auf die Bombe will. Ja. Ist er nicht. Da ist er. Lol, klau mir den. Da hab ich doch gemacht. Heute ist der Jumper wie so ein junger Gottleiter. Wie ein junger Gott. Ich hab noch eine EUV. Alter, schon neun Uhr? Gibt's ja gar nicht. Ja. Ja, ja, ja. Wir wollen bisschen länger aufbleiben heute Morgen. Ist er die erste Stunde. Ja, schon. Ich muss ein wenig was lernen für morgen. Ist ja wohl logisch. Naja, du schon. Ich bin ja ein vorbildlicher Schüler, ne? Sowieso. Ja, Standard, ne? Oben links einer. Oben rechts auch einer. Oh mein Gott. Das war jetzt richtig schlecht. Der ist schon bei uns in der Basis. Den hab ich. Ja, nice. Das ist eine ordentliche Leistung. Der NTA. Oh, ist er rausgegangen. Nur noch einen. Hä? Fail. Messer den jetzt. Nice. Not knowing. Nein. Wer hat das hierhin getragen? Ich. 3-0. Meine Mutter. Das ist jetzt die vierte, oder? Das war... Der Gerste. Schon wieder? Tom. Shit. Ne, der Skymaster, der hat uns geholfen. Ja. Ich guck gleich mal nach. Welche... Für die Sache. Oh. Für die Sache. Also ihr solltet das auf jeden Fall mitzählen. Auf welcher Strick sind wir bisher? Ey, keine Ahnung. Ich guck gleich nach. Ich guck gleich nach. 4 glaub ich. Nicht 5. Ja. Nein. Nein. Lass 5 machen. Ey, ich hab grad ne Überweltinger Siege. Gewinnen sie 10 Suchen und Zerstören Spiele, bei denen sie nur eine Runde verlieren. Okay. Kampf ist... Kampf ist... Kampf ist... Kampf ist... Kampf ist die Suche und Zerstören. Aktuelle Siege Serie 5, meine Freunde. Nice. 5, meine Freunde. Hey Torbo, du bist doch bei uns in der Gruppe. Nein. Nein, ist doch nicht. Laut. Anzeige ich schon. Nein. Er war blau. Nein, er war weiß. Bei mir war er blau. WTF. Weiß wie sonst was. Weiß wie in Ares schon mit Euro. Also, ich bin mir irgendwie nicht sicher ob das morgen ausfällt. Also, ich weiß, kann den anderen nicht zutrauen. Die gehen auch alle später, also gehen hier später. Könnt ihr nicht im Internet nachgucken? Im Internet? Im Internet? Im Internet? Was ist ein Internet? Digga, bei uns? Weißboot. Bei uns ist es chillig. Seife, Seife, was ist Seife? Ich war heute meiner Büchereiter und mein Buch gibt es tatsächlich. Das ist zurzeit auch ausgeliehen. Und es kostet nichts. Michi, suchst du mal? Und es kostet nichts, na Mensch. Da machst du ja keine Einnahmen, ist ja geil. Digga. Ja, ich such schon die ganze Zeit. Hey, Flo. Geh noch mal raus, das ist schon wieder Backl. Kennst du für Grunddauer? Ja, mach ich doch schon. Grunddauer? Ja. Ganz rausgehen. Ja, richtig. Ja, ja. Schick mal das Team. Tim. Oder ach so, hast du TS gepostet. Wir suchen immer noch nicht. Was? Wir suchen im Moment nicht. Seid ihr jetzt im Hauptmenü? Tim? Ja. Tim? Die Blöden? Einfach nur Opfer. Jetzt. Oh, loll. Relax. Und erst Lex. Kommentiert. Zum Straßenkehren GTH-Schnitt. Hast du kommentiert? Nee, hat so ein alter Typ kommentiert. Vielleicht ist es sein Opa oder so, keine Ahnung. Naja, das ist doch eher beleidigend, oder? Ja, ist es ja auch. Ich find's auch zu witzig. Was du nicht sagst. Nee, aber das würde auch nicht sein Opa sagen. Ja, vielleicht so aus Spaß. Vielleicht weiß er ja, dass es aus meiner Sicht war. Ach, also ob dem Opa so an Spaß macht. Aber ist ja auch egal. Trotzdem hässlich. Na ja, ich will mich leider nicht mit dir streiten, ne? Nazi-Hochvor-Gräfen, ne? Na, zieh hochvor, greifen, aber... Warte noch, back for you. Ich geh, ich geh jetzt zu meiner Position, lass uns langs. Ich bin mit der Pole-Position. Das ist echt ne Frechheit, echt. Bei allen Dingen wie ehrlich alle Sniper zockt, alter! Ich wollte jetzt mal mit meinen schönen neuen blauen Tigerstreifen spielen. Oh! Ja, nice, Leute! So fängt das doch gut an. Ja, Target Fighter, seriously? Ja, echt so, Alter. Scheiß, scheiß Hurenkind, man. Ja, er auch, naja. Alter, komm, Mitte, Mitte, Mitte. Ich würd sagen, Tim, du gehst ja nicht mehr. Ja, gute Idee. LOL, Kaps, was? Toll! Jetzt hätt ich mit Smiper spielen müssen. Boah, das Kapsgel, Alter. Digga, hab ich mich erschreckt. Ich hab mich auch immer wieder erschreckt. Warum waren das nur drei Gegner? Digga, wo war'n der? Ach, da. Ich hab' den gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Das war jetzt Lack, man. Boah. Waffe gepickt und... Ich rasche jetzt wie ein Rascher. Rasche. In Deutschland wird nur raschen. Zählen. Wird nicht im Sport verharrt. Kein deutscher Fahrhartensturm. Ihr beiden. Schon wieder, ey, äh. ASMR, nice. So ne Schnatze halt wirklich mal. Mit was zogst du die? Ähm, mal 10, schnell ziehen und schafft. Ja, damit hat er mich vorhin geschütet. Unten kommt noch ein. Durch die Schwanz schaust du also. Wohleck und so, ne? Ja. Pass auf, guck. Digga! Wieso? Hallo? Wieso trifft er nicht? Wo ist denn der? Ja, im Haus, hier drüben. Trüben. Hier nicht die Bombe? Ja, Digga, ich hol mir den No-Scope. Ja, ich hol mir da oben, ist er genau da. Genau da. Nicht weg. Der ist da nicht in dem Haus. Ja, der war da aber, der war da. Ja. Wenn ich das sage, dann ist das so. Und nicht anders. War er halt. Obst, das glaubst und nicht. Oh. Pass auf jetzt. Tricks. Ach man, ich wollte grad Trickshot machen. Ja, will ich dann auch mal versuchen irgendwann. At some point. Irgendwann Franz zockt Black Ops 2. Der hat von mir einen Bonbon geschickt. Der kostet. Leck. Oh. Oh. Werde ich einen Bonbon? Ähhh. Werde ich nochmal einen Bonbon? Am besten den aus dem Mediamarkt. Rammle, rammle, rammle. Nee, die du gratis kriegst, wenn du bei irgendwelchen No-Name-Versandhäusern bestellst. Rammle, rammle, rammle. Die sind so. Dann ist das, wenn sie aus steil. Was denn los Landl? Ja, mit euch kann ich immer nicht zocken. Ja, ist klar. Der wurde grad benden schon. LOL, wo ist das denn hingeblieben? Liegt doch auf der Hand. Ja. Bei mir liegt auch manchmal was auf der Hand. Oh ja. Mir auch. Auf das Meilenland. Bei mir liegt immer noch was auf den Händen. Das ist ein bisschen größer vom Kaliber. Ist da einer? Ja. Um Kaliber. Vom Herrn der Schöpfung wollte ich mit einem prächtigen, ah ok, es reicht. Wer reden da gerade eigentlich? Julian. Hitler. Achso. Ey, wo sind denn die? Alter, Digga, keine Ahnung ey. Ey, was ist da los? Oh! Du hast ja ein guter Versuch. Ich hab ja voll viel Hit, aber nein. Ja, ich weiß schon. Ich konnte mich nicht drehen ey. Best Moments. Best Moments. Best Moments. Best Moments. Was ist das? Best Moments. Los, verstöre deinen Fuß. Halbzeit. Ich konnte mich nicht drehen, Mann. Man. Ja. Oh, ja, Digga, Bitches. Pass auf den, den ich mit ansage, ich hole jetzt einen. Mit ansage, ich hole jetzt gar keinen. Warte. Oh, da war einer. Oh, oh, oh. Oh mit O. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Loll. Mit Obstsalat. Loll. Der geht mit dir durch. Hä, wo ist denn der? Ich liebe Obstsalat. Hä, wo? Oh, 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 oh. Hat doch nicht geschossen. Hat doch nicht geschossen. Aber nur mit, nur mit Tzatziki. Nur Obstsalat mit Tzatziki. Mehr nicht. Hallo, Goose. Da haben wir einfach einen Ausgut gegeben. Was? Das ist der letzte? Oh, 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 oh. Was ist der? Oh, 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 oh. das ist doch die letzte Runde jetzt Tim mach Trickshot das soll ein noch zwei ja das ist so eine scheißklasse ich kann da irgendwie kein Double Tap machen vielleicht hast du ja schnell ziehen Dings vom Strennen also wie heißt das auch geläuft also wenn du gewinnst jetzt schön die Hälfte Stichwort Töchert mach Trickshot Hätsel gefragt fließt denn andere Plätschauer war er hat noch gesehen jetzt kommt der Wachsteller auch der Wachlosiger der hatte gestriffen der gestriffen soll das scheitern wenn er jetzt ihren freundchen ja klar gegen die da schau dir mal den da an ja der Kerl hat heute das mal schau dir das mal auf einmal am Fuß Digga der hätte ich gewonnen hättet nein da mach ich auch freiwillig sein Klantek Baum Digga der hat voll den Aim-Bot Digga Schaß Gott Hi da sinds da Baum ich glaub ein Baum wäre uns gerade im Spiel gefährlicher als der Typ ich so durch die Speile Dorschen hole da rein aber so ein Baum drückt da so ein Skorpion in der Hand Skorpion mit Schnellfeuer und erweiterten Magazin Digga da ist irgendwo einer nicht echt nur Bäume, sondern nur ein Baum Leute, einer wollte nie mehr die Fuß machen bei B Können Molagen der bei B aber ich hab noch schon Daumen gemacht ja da und mein Mann es gilt auch auf den Baum gemacht du Reunion der Lande, der ist irgendwo einer das ist der Baum, der ist irgendwo da ich stehen einige da hat einer gekämmt Mann ich muss ja auch noch ja auch wer den jetzt gekillt der Wölbe heißt wer den gekillt war ich das? ne du ich hab voll gefällt Digga das war doch last night, oder? aber übel oh, das Wurfmesser hätte beinahe genug getroffen nee, viel zu tief stabil naja, ich sag nur, dass die Axt das war ja auch pure Ironie wir konnten unsere Sache nicht aufhalten so ist die 6, ne? erst mal, für den Anfang ja, nur ne halbe Stunde ich spiel erst wieder Black Ops 2 S&D, wenn wir wieder so zusammenkommen hier in der Runde komm oh, ich bin mal trickshot auf den Baum geht es doch voll einfach ich mach mir jetzt ne Snap auf Turbine von da oben runter springen oder so ja, alle, alle Sniper hier ja, jetzt alle Sniper na komm, jetzt Trickshot Klasse Digga hier war wei- ich mach mir jetzt mal irgendwo muss ich irgendwie ne andere Waffen nehmen oder was? ich mach mal hier die Tag keine Ahnung, hab ich noch nichts Magazinerweiterung Laserpointer ach quatsch, das ist ja die falsche Klasse lol, das ist ein Klan lol, lol, lol troffel, lol, troffel, lol lass mal alle Sniper zocken ja, auf Turbine ja, letzte Runde, aber erst letzte Runde lass aber anschein' loo hell ja, jetzt